Es war auf jeden Fall so ein Song, wo wir einfach das Gefühl hatten, wir haben damals lange drüber gesprochen, es war eigentlich den Bildern, den alten Fotos, die wir im Proberon hatten, auch damals vom Buch Alleiner von und da hat sich am Abend so ein Gespräch entwickelt und ich saß damals drüben mit der Gitarre um und wir haben noch einen alten Song rumgebastelt und in der Zwischenzeit beim Schneiden ist mir eingefallen, ey, das ist doch ein geiles Thema, einfach mal auf die Vergangenheit von uns, also die persönliche Seite da brennt, auch ein bisschen aufzuschauen, wir haben festgestellt, dass wir noch ein bisschen jünger sind und dann haben wir gesagt, das passt zu uns.